ja leute und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute spielen wir fortnite und wir haben eine runde gewonnen mit über 16 oder 18 kels keine ahnung ist schon länger her und ja viel spaß mit dem video denn er ist kein alle Ja, von mir aus, wenn ich diesmal keinen Sniper und so einen scheiß Rocket Launcher kriege, ja. Ja, aber in der Combo mit einem halbautomatischen Sniper ist das ein scheiß. Ich hätte die in Rocket Launcher-Game sehen, ohne Spaß, naja, als du wenigstens der Shotgun gehabt hast. Na, endlich, ich hab' gleich Börst. Häusern. Oder trifft. Ich bin mir nicht für dich. Ich hätte noch einen Pickaxe. Ist ein härter als ein Mini und ein Picke. Ich hab' den Hitz gekämpft. Ich hab' den. Der hat nicht einmal Waffen gehabt. Der hat da mal her platziert und hat nicht gewusst, wie man es bearbeitet. Warten, Slurpfid. Komm' hier. Spur pro 2. 2 hat man hin, oder? Ja, wie sieht's? Scherz sieht man mich? Kopfscher-Game. Hopp. Okay. verlinkt schießt wer jawohl ich hab viel getötet sicher ich gönne noch mal ein medikit von mir aus außer vielleicht noch irgendein schild für mich ich glaube nicht mehr taktisch mit na gut ohne munition brauche ich taktisch auch nicht hast du vielleicht ein bisschen pumpen danke wie viel holz hast du ich bin von dort so richtung lud die ja wenn du jetzt der arunde geste länger blieben warst hier ist jetzt der arunde geste länger das war irgendwie glaube ich das problem das ist ja leihwand wenn so irgendeiner frühe holz hat hinter mir das holz einsam gell hast du vielleicht kleine munition danke ich geh nämlich gerade irgendwie viel mit der blauen smg auf da vorne ist noch chest nicht mehr lang vor vorn sein welche grüne das ist keine ahnung da ist keiner mehr hier wir lassen einfach kleine munition liegen ich glaub denen spielt es nicht mehr so richtig Gehen wir eine Rampe, nein es ist eine Rampe, oh mein Gläu, wir tun nichts zu Bord. Das ist ein Pilze, naja. Da ist ein Ding drinnen, ich habe ihn schon gesehen, eigentlich unter dir. Habe, geht schon, ich schlug es gleich runter. Oh mein Gott, das war 110er Damage schon. Ah, was? Komm hier. Warte, nimm mir das Snap Moon auch mit. Wo ist der Big Blubber? Na ja. Schöner der Snap Moon. Komm schon, gell mal. Gehen wir das Zauern. Wie führst du? 7 Kills. Alles klar. Hey, ich glaube die Lamas sind gepatcht worden. Hey, ich glaube es gibt gar keine mehr. Ah, da unten. 3 Hits, 2 gehadgete. Ah, da unten. Ah, um Zone. Passt rein zone Na ist ja Die geht schon die zone ist ja geil Hey die würde die mitnehmen Die verbände Geht schon Vermaß Ja ich hab 15 Verbände Gönn dir tut und klär mir ein medikit Gönn dir ein medikit Doch gönn dir eins Wir werden keine drei mehr brauchen Da ist sie ich sehe Auf O Und auf 18 Unhit Ok Der von O Wimmy snappen In Das Cool Arne ist tot Riecht nicht so richtig Ok und restet die Aber ein bisschen zuhne Ein bisschen zuhne Auf und ruhen Angenockt Beide Jetzt rennt sohne Die GTA haben mir nur 25er Damage gegeben Über 8 Kills Die Kills hast du Da drinnen geht die Disco Scheiße ich habe nicht die Sniper mitgenommen Vor uns vor uns sein welche Okay Du die mit Nein Ich habe 700 Holz Ich habe es 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 Ja Hier Ah, er gibt mir einen Shot Er gibt mir einen Headshot, der Wichser Drop me Da ist nicht so schlecht im Snipen, also pick nicht zu lang Die müssen auf den Nahkampf angehen Weitkommen vom Serienvorteil So, wir sind in Zone Das heißt Jetzt gewinnt Zonevorteil Oder? Das ist sicher, wo er ist Okay, sehe ich, wo er ist Da hat ihn wohl drauf geschossen, da hat er Ist ja Arme geschottet 35er Er wird nicht so viel Munition Oh, F**k dich Digga, lass Zonenvorteil anwarten Das nutzt sich nix, wenn die jetzt einen Glückstreffer treffen Wir haben beide verschissen Wir haben beide verschissen Wir könnten eins versuchen, schieß ihnen alles unten weg Es wird nicht geregelt Der braucht dort noch mal gar nicht sitzen. Okay, sie versuchen, also einer versucht zu zocken zum Gehen. Könnt ihr ihn? Ahm, links von uns ist Schana, links von uns ist Schana. Lass sie an. Der hat mich gerade nicht getroffen, hat wundert mich gerade irgendwie. Kein Holz mehr. Fällt mir gerade so irgendwie auf. Ist mir mal hundert Stein. So ein Baubattle darf das jetzt keins werden. Hast du jemanden noch irgendwas zu bauen? Ich schau aus, keiner pusht. Ja, seins. Schau mal, wo die Sonne hingeht. Natürlich zu ihr noch. Nein, nicht mal. Okay, sie soll uns den Sonnenvorteil sichern. Klar. Ich triff zwei meinen Hedgehot, aber es zählt keinen Schuss. Ahn, der pusht, ahn, der pusht. Zwei pushten. Ich triff zwei. Ich triff zwei. Da muss ich noch nicht mal ne Fresshöhe da. Jawohl. Hobi, 9 Kills, wie führst du? Kills, wie führst du?